Im Nordwesten stehen die Zeichen auf Sturm. Bereits am Freitagmittag erreichte Orkantief Elon unsere Region. Am Samstag folgte ihm Felix. Und das hat Auswirkungen. Die Windgeschwindigkeiten mit Spitzen von bis zu 120 Stundenkilometern veranlassten die Nordwestbahn dazu, sämtliche Strecken zwischen Wilhelmshaven, Oldenburg, Bremen und Nordenhamn zu sperren. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Kettensägen laufen im Akkord. Besonders hart traf es am Samstag eine Doppelhaushälfte in der Hugo-Eckener Straße in Oldenburg. Ein durch Windböen entwurzelter Baum beschädigte das Carport des Hauses samt des darunter stehenden Autos und Teile der Solarzellenanlage auf dem Dach. Die Bewohner kamen unverletzt mit dem Schrecken davon. Die Sachschadenshöhe ist noch unbekannt. Schon am Freitag hatte Sturm Elon das Haus einer Familie in Flügeln im Landkreis Cuxhaven zerstört. Wir haben jetzt hier den Sturmschaden. Die große Buche ist auf zwei Häuser gebrochen. Eine Spielscheune und einmal auf ein bewohntes Haus. Und ja, Gott sei Dank ist in den Innenräumen des Hauses nichts passiert. Wir schneiden jetzt das Dach frei, dass sie ungefähr nicht wieder das Haus betreten können. Ebenfalls glimpflich gingen zwei sturmbedingte Lkw-Unfälle aus. Auf der Bundesstraße 212 nördlich von Sierwürden legte Freitagmittag eine Sturmböe ein Lastzug quer über die Fahrbahn, die anschließend zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden musste. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer konnte nach der Bergung seine Tour fortsetzen. Mit dem Schrecken davon kam auch Lkw-Fahrer Murat B. Auf der A29 bei Oldenburg-Umstede wurde sein Laster von einer so heftigen Böe erfasst, dass der Laster in Schlingen geriet und in den Seitenraum kippte. Ich bin von der A29 Richtung Wilhelmshaven gefahren. Ja, und dann kam eine Windböe quasi. Ich habe die Kontrolle komplett verloren. Der Lkw hat komplett nach rechts gezogen. Ich habe versucht links rüber zu ziehen, aber habe komplett die Kontrolle einfach verloren. Ich wusste nicht mal, was los war. Was soll ich sagen? Dann bin ich irgendwann hier gelandet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also keine Ahnung. Ich bin selber im Moment geschockt und weiß selber nicht, wie das alles passieren konnte. Ich weiß es nicht. Sie sehen ja selber den Zustand in den Lkw. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich fahre schon seit zehn Jahren und sowas ist mir zum ersten Mal bis jetzt hier passiert. Ehrlich. Also, das ist Wahnsinn. Vor allem umgestürzte Bäume, wie hier in Wildeshausen, sorgen für einen Dauereinsatz bei der Feuerwehr. Im Landkreis Kloppenburg musste die Kameradschaft am Freitag alleine 16 Mal ausrücken. Die Sturmböen aus südwestlicher Richtung sorgten auch dafür, dass die niedersächsische Landesforsten ihre Arbeiten im Bahneführerholz unterbrechen mussten. Auch Felix sorgt an der Küste für mehr als nur norddeutsches Wetter. Mit Orkanböen peitscht der Sturm an die Küste und lässt das Wasser in der Mündung der Weser regelrecht brodeln. Mutige Spaziergänger am Fähranleger Bremerhaven trotzen dem Wetter oder genießen das Naturspektakel. Zuhause in der Stube haben kann jeder. Bei dem Wetter raus ist optimal. Da muss man mal raus. Die Natur erfahren. Das ist schön. In Hamburg habe ich meine Sprache aufgegabelt. Wetterkacke, Regenjacke. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlecht vorbereitete Leute. Da der Wind gedreht hat, drückt nun auch mehr Wasser an die Küste. Das Hochwasser am Nachmittag soll 1,5 Meter Höhe auflaufen. Mehrere Gebäude wurden mit Sandsäcken verbaut, um es vor der drohenden Sturmflut zu schützen. Uferbereiche wurden von der Polizei gesperrt. Besserung ist erst am Dienstag zu erwarten.